Der neue Film von Danny Villeneuve, Dune 2, ab sofort in den Kinos. Ich vergebe 4 von 5 Sternen, die jetzt eingeblendet werden. Ich fand ihn besser als den ersten Teil, weil er einfach noch ein bisschen mehr Action bietet, noch ein bisschen mehr fürs Auge. Es wird so langsam klar, was die verschiedenen Motivationen sind. Die Lager werden besser beleuchtet, vor allem die Harkonnen. Kriegen ein bisschen mehr Screentime, was sehr gut ist. Es gibt einen richtigen Antagonisten und viele, viele Schauwerte. Trotzdem muss ich sagen, bin ich noch nicht hundertprozentig überzeugt. Ich mag zwar das Universum, ich mag einfach die Epicness. Allein der Hans Zimmer-Soundtrack ballert so dermaßen rein. Ich mochte auch den Showdown. Es gab viele so einzelne Szenen, die ich richtig mochte. Er hatte aber auch mit über zweieinhalb Stunden Länge tatsächlich Längen. Ich finde auch einzelne Charaktere, da hätte ich mir mehr Screentime gewünscht und ein wahnsinniges Spektakel effekttechnisch. Ja, das ist der Stoff, aus dem die Kinofilme sind. Tune 2, 4 von 5 Sternen.